hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von ich komme höher ich habe die pubertät schon leider hinter mir okay schon leider das war jetzt eine merkwürdige ausseiten ja so wir spielen und ich bin am drücker verdammte hacke kacke kacke spielen jetzt geht's los heute werden wir uns mal schwer ins zeug legen mit neuen kontroller dieses wegbrech und ja ich wollte das noch nicht verraten weil wenn ich jetzt wieder rumlöse dann kann ich jetzt nicht mehr auf den kontroller schieben genau das wollte ich nicht ja das ist schön ich kann das gerade gar nicht abschätzen ist dahinter noch was oder musst du direkt da drauf springen ich habe extra nichts gesagt weil ich dachte wenn du jetzt großkotzig entzählst wir haben einen neuen kontroller und katz dann wieder so gnadenlos ab ja das werden wir nicht bekommen ich weiß ich weiß ja und du autos nicht direkt oder uns wie auch immer oh kacke guck mal da hinten ja der macht Bratäpfel siehst du das nee sind ja Bratwumpas oh bist du mütig alter das war mathematische berechnen ja natürlich was soll sonst gewesen sein ja wie immer boah wahhh glattdeutsch geschaffen hahaha scheiße ja ich würde mal sagen das war auch mathematische berechnung der controller ist voll scheiße ah haaaaa alter 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 ich kisch hier ein Herz heisch ein bisschen ein Herz gaspfer nach der Mann das hast du gut gemacht das geht voll ab hier hmhmh sag nicht das Licht am Controller nee ich glaub wir haben das jetzt öfter erwähnt als nötig Total, total, ne? Total geil, ja. Ja, das ist so. Hula hula, ich hab'n Hula hula. Echt? Hast du Hunger? Ich hab' Hunger. Ich glaub, ich will die nicht anmachen, aber... Du musst. Das war ne scheiße Idee. Wenn du alle Kisten haben willst, musst du da durch... Weichei. Du kannst von da aus springen und lenken. Oder so, das ist ne coole Idee. Ich bin die einfach weg. Ja, total zu. Meine Geist ist gestört. Boah! Ich hätt's beinahe geschafft. Verdammt noch mal. Verdammte Hackelkacke, du. Das fängt schon wieder richtig gut an hier. Ja, gut, gut, weiter. Oh, oh. Ich glaub, du warst zu nah an den Kisten. Ich glaub auch. Macht nix. Ich bin mir aber nicht so sicher. Nee, ne? Fehlberechnung. Ach, jetzt leck mich doch in der Geldstuhl. Ich weiß ja was sagen. Als hätte ich gesagt, so heute Lose war nicht so. Weiß ich nicht. Hast du das erwähnt? Das hab' ich gar nicht in Erinnerung. Nein, das ist nicht gemein. Ich sag nichts. Hey, cool. Wir sind das gemacht. Das weiß ich auch nicht. Das ist ja auch nicht so schwer. Ach so, jetzt schaffen wir's. Gut, Bruder. Ja, also wenn du alle Kisten haben willst, was bei dem Level wahrscheinlich etwas schwierig sich gestaltet, musst du sie drücken. Äh, ansonsten. Wir müssen diesen Schwachkopf haben. Ja. Warte doch, bis der wieder nach vorne kommt. Dann springst, drehst du dich. Ja, oder so? Oh, kacka. Guck mal. Also, nach rechts ist irgendwie ein Ex-Alem, aber der hätte sie vorher abbiegen müssen, glaube ich. Scheiß im Dreck, ey. Wow. Da wartet ein blöder Affe auf. Ja, ich weiß. Der kommt doch bestimmt jetzt gleich vorbar. Nee, glaube ich nicht. Ich geh jetzt hierher. Genau. Das ist eine super Idee. Weicht dem Effchen aus. Ach, das ist... Nee, doch nicht. Ich dachte, das wäre jetzt da, wo der eine Affe die Baumstimme schweißt. Ops. Das schaffst du nicht. Und... Nein. Ja. Ja, wie komme ich da dran? Genau so. Alle ab. Genau. Hä? Nee, da hätte ich drauf nehmen müssen, ich Idiot. Ja, mach doch nichts. Du kannst doch jetzt mit dem Doppelsprung da drauf. Oder nicht? Nein, das geht nicht. Mach mal. Oh. Ach, wie schade. Ich komme da nicht drauf. Scheiß im Dreck. Naja. Okay. Dann brauchst du ja auch bei den anderen Gesten nicht allzu viel Mühe zu geben. Oder? Nein. Schnief. Wie komme ich denn da jetzt drüber? Ist ja normal. Ja, normalerweise hüpfen, drehen. Genau. Ah, ein Lübe. Flötsch. Ja. Oh, scheiße. Kubus sein Lieblingswörtchen. Boah, 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 boah. Flötsch. Ja, flötsch. Wollte ich auch mal sagen. Wer kommt jetzt? Was macht's noch? Beut. Ach, das meinst du. Was dachtest du denn jetzt bitte? Ähm, keine Ahnung. Ich... Oh ne, ich bin abgecutt. Ja. Alles... Jetzt gehe ich da nicht mehr rein. Ob der Bock mehr läuft. Genau. Ich spiel's lieber mit dem Äffchen. Genau. Schau, wenn ihr jetzt abhaut, gehe ich hinterher. Das bricht weg und das nicht. Äh. Oh, scheiß. Der da auch, der bricht auch weg. Ja, scheiß. Hop, hop, crash auf der Luft. Scheiße, die bricht auch weg. Oh, 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 oh. Wir haben's geschafft schon mal. Das heißt, laufen, springen, laufen, springen, laufen, springen. Was war das? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich hat er dich geschubst. Ich hab nichts gemacht. Oder da war glatt Eis drauf. Ich muss mich dann alles wieder neu machen. Ja. Oh, komm, jetzt ist aber... Nee. Ist aber doof, oder nicht? Oh, nein. Was du einmal geschafft hast, schaffst du auch ein zweites Mal. Perfekt. Und wieder ein lebender Zug. So, jetzt müssen wir gucken. Oh, ich hab schon wieder voll die fettkrasse. Oh, ich hab schon wieder voll die fettkrasse, wie immer das. Jetzt weißt du auch, warum du so ein Uga kriegst, ne? Ja, ich weiß, warum ich so ein Uga kriegst. Uga, Uga. Und diese Eier kommt dann auch. Ist das ein Arschlochspiel? Ist das ein Arschlochspiel? Ist das ein Arschlochspiel? Ich wollte eigentlich gesagt haben, dass dieser komische Uga-Eierkopf da, diese Medizin-Bahn-Maske auch einen bestimmten Namen hat. Fällt mir noch nicht mehr ein. Was ist der Uga? Ja, der hat einen bestimmten Namen. Ja? Ja. So was ganz Kompeniziertes, aber wir haben dieses Heftchen leider nicht mehr. Nur noch die Hülle mit Sede. Okay. Das stand nämlich da drin. Ich hab die grad nicht so ordentlich, ich glaub, hinten steht jetzt drauf, ne? Oh, klar. So, jetzt schafft man's aber. Ja. Krieg ich doch mal leicht hier, weil am Tag genommen... Tatatatataaaaa. Simpslapim. Der kleine Kugus. Hat's geschafft. Ja, bumm, weg ist er, ah ne, ich warte gar nicht. Doch, doch. Jaaaa. Den Idioten gesprengt. Tatatataaa. Oh, da diese Säulenmeite, meinte ich, die da jetzt so kummetut. Oder aufpassen muss. Die sehen nicht gut aus. Die sehen nicht gut aus. Oh, die sehen gar nicht gut aus. Guck mal. Ich weiß. Und die nächste. Olé. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es. Akkultiv. Wow. Wie war das noch gleich? Ich hasse es. Nein, mathematische Berechnung. Ach so, ja. Das war. Jetzt gebe ich dir schon so eine tolle Vorlage. Oh, ne. Ach, das macht keinen Spaß. Das ist doof heute. Also, was hast du heute noch mal zu mir gesagt, als ich sagte, ich weiß nicht, ob ich das noch erleben werde. Ob wir das noch erleben werden. Ob wir das noch erleben werden. Überhaupt. Da hast du gesagt, wir sollen da ja keinen Spaß haben. Ne, ich habe da keinen Spaß im Moment. Ich finde das so krass. Kannst du einen Böse angucken. Ich finde das so doof. Das ist eine richtig scheiß Stelle. Ja. Auf einmal verstehe ich nicht, warum die Ausgleichung von dem einen immer runterrutscht. Ja. Das geht irgendwie nicht. Ja. Oder ich bin zu döwig zum Spielen. Ja, immer dasselbe. Ich komme da gar nicht drüber. Wir haben nur noch vier Leben. Du schaffst das. Und wenn das nicht funktioniert, dann versuchen wir einfach das nächste Mal. Du bist ja lustig. Jetzt gibt er mir den Joypad. Ne, mach du mal. Ich bin raus. Das geht gar nicht heute. Liebe Leute, ich habe noch gar nicht mit dem neuen Joypad gespielt. Und ich darf gleich so eine schwere Klamotte machen. Ja, du hast ein schweres loszutragen. Ja. 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 Geh in die Luft. Ja. Das. Das. Das fühlt sich aber gut in der Hand an. Ja. Mit dem Joypad. Ach so. Ja. Ja. Nicht der Joystick der Joypad. Das. Egal. Du weißt, was ich meine. Da sind zwei Sticks. Aha. Das. Doppelt gehört. Und. Ja. Das ist so Kackelei. Oh. Okay. Ich bin besser als du. Du schaffst noch nicht was im ersten Jahr, aber das ist. Pass auf. Wir verkacken da gerade nicht durch. Pass auf. Du schaffst das jetzt. Jetzt schaffe ich das schon wieder nicht. Wir sind voll die Loser. Boah. Der war jetzt aber richtig knapp. Ja. Ich sollte echt aufpassen, was ich mit meinem Daumen fuhr. Jetzt Fitch ihn weg. Sag mal. Warum geht hier denn auf einmal? Also ich glaube der Joypad ist ja noch schlimmer. Ist noch schlimmer? Ja. Er hat so einen Rechtsdarm. Das ist dein Daumen. Aber was der für Dränger hat, sag ich dir nicht. Ich dachte, das möchte ich jetzt auch gar nicht wissen. Der Finger aus dem Popo und gib Tante Händchen. Kennst du den Spruch noch? Komm jetzt. Pfff. Komm ich mach den jetzt nicht. Ich versuch mich nur einmal. Ich hätte gerne eine gute Fee. Die uns jetzt hilft. Richtig. Das haben wir geschafft. So. Auf einmal ist das Level Ben. Und wir haben den Kristall. Ach so. Den haben wir auch noch nicht. Das ist aber ein ganzes Stück, was wir spielen müssen. Wir haben den pinkfarben Kristall. Und wir haben den weißen Kristall. Und alles ist gut. Und wir haben auch ganz viele Nebenwirkungen. Das wünsch ich mir jetzt. Ganz spontan. Mal eben. Hast du gesehen? Bei dir ist er auch so nach vorne gekommen. Uiuiui. Das ist ein Arschlochspieler. Wir verkacken hier volle Lotte. Scheißdinge nur. Da war vorher kein Leben. Nee, war mit 6er kriegst. Genau so wenig wie der Uga. Weil wir hier so oft abkacken. Mhm. Das Spiel hat Mitleid mit uns. Wir schaffen es nicht, Kinder. Heute schon. Heute verkacken wir komplett. Probieren wir gleich einfach ein anderes Level. Und lassen uns das zum guten Schluss überschauen. Ja, wir müssen es ja trotzdem machen. Ja, aber nicht jetzt. Ja, aber nicht jetzt. Jetzt nicht weg. Morgen ist es. Ja, oder? Nein, wirst du heute ganz besorgen. Das Verschiebe nicht auf morgen. Heute. So, morgen hätte ich das dann. Super. Ich wollte dir nicht dazwischen quatschen. Oh, wie schön. Wir müssen nicht alle Kisten kriegen. Nein, wir können nicht alle Kisten kriegen. Also einfach zum Checkpoint. Am Popo kratzen die Kisten heute. Wenn du das unbedingt möchtest. Ja, möchte ich. Haben wir das eigentlich schon mal geschafft, drei solcher Ugas mit einer goldenen Maske zu bekommen? Nee. Nee. Ja. Du Arschgesicht, jetzt bist du tot und wir haben es geschafft. Scheiß, der Hund drauf. Da fehlen nur 55 Kisten. Das ist nicht viel. Nee. Ich war schon besser. Ja, jetzt krieg ich den Zeugpad wieder. Jetzt kriegst du den Pad wieder, der so gut in der Hand liegt, meine Damen und Herren. Ich speichere mal eben ab. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ja, so ab und zu habe ich auch schon mal lichte Momente, ne? Ja. Jawoll. Jawoll. Ja. Safe Game. Bitte. Bei AAB. 40 Prozent. Bitte speichern sie jetzt rechts ab. Warte mal. Das ist das letzte. Nee. Komm, mach. Mach. Das ist das letzte. Komm, wir haben noch 30 Minuten. Nein. Weiß. Erinnern wir nicht. Hallo? Habe ich was verpasst? Ja. Hm. Ah, das kann doch nur wieder... Oh, das ist cool. Und... Oh nein. Hör auf, der haut auf dich drauf. Ja, das möchte ich bitte nicht. Geh weg, du Arscher. Sehr gut. Jetzt kannst du sie kaputt machen, diese verkackten Pflanzen. Nein. Brauchst dich nicht so drehen, wenn du zur Kiste bist. Nee, das habe ich auch schon gemerkt. Nee. Pass auf, wenn du dich jetzt gleich einbuddelst, ne? Ja, dann haut der mit dem Hammer an. Ja. Und jetzt lauf durch. Ah, jetzt. Ich mach dich kaputt. Ich mach dich kaputt. Die ganze Zeit tot. Ich mach dich auch kaputt. Geh weg. Lauf, lauf. Gib nicht auf. Warum kommen denn jetzt auf einmal keine Bienen? Was ist das denn für eine? Lauf. Weow, weow. Egal. Oh, wack. Lauf, runter her. Achso, ja, stimmt. Lauf doch. Ja. Was machst du denn? Jetzt bleibt doch gar nicht. Nee. Doch. Hups, scheiße. Achso, einbuddeln. Gut. Kann ich das Nest vielleicht kaputt machen? Du darfst jetzt aber auch nicht an die Nitro-Kisten kommen, ne? Oh, wie schön. Nicht nur. Was ist das denn? Nee, bräuch er nicht. Ja, ist ja gut. Entschuldigung. Das ist die Macht der Gewohnheit. Ja, du wirst nicht zu, wenn ich dir was sage. Nein, du kennst doch. Das, äh. Oh. Oh. Ich glaube, ich muss aus meinem Verständnis raus. Du musst da raus, ja. Geh jetzt rüber und dann kannst du auf der anderen Seite schnell wieder einbuddeln. Jetzt drehen. Oh, du. Hättest du mal besser nicht gesagt. Ich hab das Leben fast ausziehen. Da hinten. Jetzt wird's schwierig. Oh. Oh. Äh. Komm auf mich zu. Komm auf mich zu. Mein Freund, der geht immer den gleichen Wind. Aha. Ich hab ihn durchschaut. Hab ich ihn. Oh. Dreh dich. Oh. Ich dachte, ich hab noch... Alter, du siehst das doch. Sag mal, mein Freund. Jetzt ist aber gut hier, ne? Alter, jetzt mach hier hin, du. Wenn dann IT. Alter, du bist so weit gekommen. Drunter herfitschen direkt. Ah. Bin nochmal los. Oh. Die sind aber schnell, ne? Ja. Da kommt man ganz schön schützen, du. Hey, wir haben neues Leben. Ganz vorsichtig. Toll. Ha. Ha. Ripp. Ja. Ripp. Zit. Was heißt das? Da liegen nur seine Rippen. Der Rest ist nämlich weggespucht. Aber ich dachte, wegen den scheiß Bienen. Boah, du bist ein brutales Weib. Ja, ne? Da kenn ich keinen Fallon nur. Die kommen nur bis zu einem gewissen Punkt. Ja. Ja, aber es ist echt gemein, wenn du da irgendwie mit der Niko frisst, wenn ich... Boah. Mach mal langsam. Ja, mach ich doch. Guck mal, wie langsam ich bin. Siehst du das? Haha. Super. Ja, geh ein Stück weiter vor bis tot. So, jetzt raus mit dir und blicken. Hey. Kommt die jetzt doch nicht mehr? Nee, die haben dich nicht... nicht am Schirm. Okay, das ist gut. Oha. So. Jetzt... vorbei. Jawoll. Jetzt bleib stehen. Ja, aber... Dreh dich, dreh dich. Ich hab gedrückt. Ich schwöre. Das, äh... Also das heißt, du kannst dich jetzt bei diesen Nest dann auch nicht mehr von hinten anschleichen, so wie bei dem anderen. Nein, du bist zu weit vorne. Du läufst immer zu weit nach vorne. Wieso? Ich bin doch stehen geblieben, wie du gesagt hast. Nein. Ja, aber du bist noch zu weit. So? Siehste, dann kommen die raus. Das ist schon zu weit. Okay. Das war eine tolle Demonstration, jetzt würde ich können. Nee, so war das auch eigentlich gar nicht jeder. Ich dachte, ich wär schnell genug. Das ist... Ja, mit dem Denken haben wir es heute nicht so. Ja, das kommt schon mal vor. Aber weißt du, mich böse an gucken, ne? Komm, du schaffst das jetzt, jetzt dräng dich mal ein Bisskönner an, Fräulein. Ja, Mann, oh. Eigentlich wollte ich mich wegen der Kiste drehen, aber der buggelt sich automatisch ein. Ja, auf dem Boden macht er das immer. So, warte. Stehen bleiben. Denk an das, wenn das... Ja, aber wenn ich losrenne... Ja, du brauchst ein gewisses... Du kannst ja auch nach vorne rennen und machst dir dann erstmal die Bienen platt. Du musst dich nur schnell drehen. Lauf! Und drehen! Gut. Sehr gut. Die kommen wieder auf! Ich hab mich gedreht, hast du gesehen? Ja. Du kannst jetzt nichts sagen. Du bist tot. Ja. Das schon. Wir sind wieder am Ende. Ein Level... Oh nein! Einer geht noch. Einer geht noch rein. Einer geht noch. Jetzt schaffst du das. Ja, ich schaff das sogar an dieser Kiste vorbei. Das ist gekrünzt. Nicht wahr? Guck mich nicht so an. Ich konzentriere mich gerade. Geist so an dieser Kiste. Ja, ja. Bzzzzzt! Haut ab. Einer fress noch mal. Kann doch nicht sein. Doch, das kann sein. Das ist eine scheiß Stelle. So, und jetzt, vorbei. siehst du das sind zu viele man so damit sind wir wieder mal tot und ja wir sind am ende wir wollen ja ja genau so bis zum nächsten mal würde ich sagen die erste groß